Achja, du wolltest unfreezen, naja. Ich bin auch ungenieur, aber trotzdem bist dasselbe. Die Castamine switchen irgendwie immer random Akro, also wir gehen immer auf zwei Minions. Wenn wir unfreezen, dann fokusen die Minions einen von uns und die verlieren potenziell den Minion. Bei mir greifen die immer zwei Minions an. Vielleicht haben die das gefixt. Oh, Knark engage! Das ist ein richtig geiler Name für ein Champion. Knark, Alter. Der Bruder von Tunnel, Alter. Knark. Ist das wirklich so, oder? Wie so ein Roller 2, der wird es sein. Ok, 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 ok. Weiß nicht, heute soll es wohl glaube ich nicht sein, solle. Du knifst nahtlos an die Leistung an, sag mal so. Ja, immerhin bleibe ich konstant. Knark los. Knark los. Geist kommt. Ne,ext kommt. Loare. Knarkus. Ich hab auch nicht CS-Lead, alles super hier. Voll meine HP. Ich sag mal, man muss mit dem leben, was man hat. Wie ist es top? Oh, was? Exig. Vorsicht. Guten Knark. Was war das los, Flavie? Ah, okay, für Taylor, das reicht uns. Ja, Blup, ich hab' den gesetzt. Oh, was? Ah, war gut. Da dachte ich, dass ich hinter den Minions bin. Wurde ich outknarkt. Wenn er noch so'n Knarkup trifft, dann war ich im Arsch, ne? Ja, passt schon. Ich hab' einen Race. Das ist mal BM. Alter, wuff, 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 wuff. Der hat aber auch raus, der Zerbrus. Schon. Zerbrus nochmal, Zerbrus war dieser zweiköpfige Hund, oder? Ne, das war Fluffy. Ich weiß gar nicht, wenn er was auf mich raus gönnt. Oh, Rokodog, wir haben viel Zap. Drei-köpfig, ja gut. Zwei, drei. Vier. Da bin ich nicht. Ich weiß nicht. Was macht denn der Orn da, Alter? Der läuft erstmal komplett rein. Komm, wir machen den Akali-Feeden. Hm. Ich weiß nicht, wie der Mann auf den Hook. Ha, passt, passt. Ich hab' so'n dolle Stinkprötze, das ist ja abartig, kenn' ich. Ich glaub' die sind halt geflasht. Ich glaub' die sind halt auch ganz geil, muss ich sagen. Stinkprötze, die sind sehr geil, ja. Ja, manchmal ist es so geil stinkig, dass du denkst so, boah, das hab' ich erschaffen. Oh, gut. Schön unter der Decke riechen, ja. Aber schon ein bisschen schnuppern. Du mein' nicht so, Nico. Du gönnst dir auch ab und zu mit der Nase. Ja, gut. Ey. Spannendauer-Luft. Ja. 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 Und der Plan ist top. Ja. Ja. Ja, den hast du gezeigt, wer der Papa hier ist im Building. Na sicher. Top-Lane sieht dann eher anders aus, aber... Ja, der Luke ist da auf dem Roh ist auch nicht so einfach zu verformen. Das sieht ja ordentlich aus. Schon ja so eine gefielte Akali macht mich glücklich innerlich. Kann ich gleich wieder so eine Graustufenanalyse anfertigen. Ja. Wenn wir die da erhöhen. Wenn die stayed. I-Siri bleibt. Er bleibt nicht, buddy. Wenn du eine Wave dann habe ich meinen Meown. Vorsicht, hat er gechokt. Gibt es gegen Tilt? Weiß ich nicht. Einfach nicht tilten. Gut auf dem Trick. Nothing feels better than this. Wie immer zählst du das, Markus? Meins ist auch schrecklich wuntern. Ich sehe schon, der On wird das später mit ein paar insane Engages wieder gut machen. Ich glaube an den. Oh, ich habe auch mal Bock, On sofort zu spielen. Du hast wirst schon all legit. Wenn wir uns auf Mausbots in den Scrims einmal zerbombst. Ne, Atok war das. Wo komm? Oh. Was? Was? Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Das hat auch nicht gereicht. Obwohl, wenn das nicht. Oh, in Form hier glaube ich schon. Ich dachte tatsächlich, dass wir die einfach so easy kriegen. Oder sprittet der da raus. Ja, After-Schmock schon wieder geproppt. Deine Main-Ido, ja. Äh. War aber mutig, ey. Ja? Krieg ich da reagier? Ist er tot? Ja? Die Reaktion ist halt nicht so drin. Nicht so wie bei ihr. Ne, aber hier hat's ja den Drake machen, die ist aber die sieht sich da nicht so. Ne, irgendwie nicht so. So. Schön gebatet. Gibt er die Scrims nicht botzeln? Okay, er ist top. Sie hat kein Mana mehr. Das Lied ist voll. Es wird Lowry. Genau, so. He. Hahahaha, alter. Das war aber schon wieder ein bisschen knapp. Da brennt die Puppherze auch nach dem Game doch. Oh. Dieses andere. Deswegen können wir nicht Diven, ne? Der ist gleich zu tanky. He's too tanky, Dude. Shut down. I need to go on my strength. But there's no smoke. Master Promo gehst du also rein, sagst du? Ja, doch, doch, doch. Meinst du, der cancelt mich? Ich glaub nicht. Ich schieben sie, dann geh ich nicht ab. So, mit mir was. Ein Level noch hab ich Q-Evolve. Dann geh ich richtig ab. Top-Turbel ist halt gleich down leider. Die hat auch schon Gunblade, die Akari. Da, 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 das schon wieder, da guck ich mir das an. Bleib mal, bleib mal, bleib mal. Schade. Die Lies wird sich auch maximal verkauft fühlen. Weil es einfach ein Freakill wär. Naja, ich find die wahrscheinlich auch so. Ja, wahrscheinlich hätte die Lies mit mir nicht auch wohl genug, doch so. Doch, gut, du lebst doch, Buddy. Haben wir nur ein guter Bait von dir mal wieder. Oder, Slee? Ah, ich bin zu low, ich bin... Ah, wie schade. So war okay. Aber Ulten wär, glaub ich, nicht überhaupt gewesen. Hotelin kommt. Könnten auch mal diesen Drake machen. Da seh ich uns. Ah, die Akari wird aus Base kommen. Die ist halt jetzt schon wieder anders gefiedelt. Ja, genauso viel Gold wie ich, aber ist leider Akari. All wrong. Oh, wie geht los? Ah. Wie, 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 wie? Nicht mal den Drake getroffen, der Lappen. Der wird safe nochmal kommen, der die... Jaja, ich hab jetzt auch kein Flash mehr. Second time. Vielen Dank für deinen Sob. Ich kann das halt mal kurz chillen. Ich komme auf den Rise. Ah, guter Damage Talon, muss ich sagen. Ich kann diesen Drake erst mal machen, ja? Der ist aus dem Champ, da weiß ich einfach nicht. Muss das sein? Nee. Muss nicht sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Neh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, der ist verlautet. Au! Ah, passt, das Wurf. Hätte zwar nicht einen Assist bekommen, aber... Ich lebe auch nicht für diese Kids. Oh, no! Was hat deine W geblockt? Ja, weiß ich auch nicht. Oh, warum wurde meine W geblockt? Scheiß Dreck. Ah, was oder so, nicht Wurf. Ah, kacke. Das ist huge. Aber die Akali leider auch. Ja. Darf ich kurz ein Freistellen, warum der On Ninjatavis gerasht hat? Ja. Ja, aber ich dachte eigentlich, dass da Platz war. Also offensichtlich war es dumm, aber... Deswegen bin ich ja fürs Play gegangen, weil ich dachte, da ist Platz. Da war leider kein Platz. Das war schon ein paar Tage, Markus. Mein Internet ist grad komplett am Abrasten. Also gerade... Also gerade gerade oder generell gerade? Nee, gerade... Also... Ich glaube jetzt, ich habe gar keinen Abrasten mehr. Ich bin direkt übertrieben. Ich glaube, die trappen hier irgendwo. Oh, wird immer noch kein Drake gemacht in 16 Minuten. Oh mein Gott. Oh, der hat mich ja komplett weggesmurft gerade. Aua. Aua. Gut, Notiz an mich. Nicht... Nicht mehr an diese Wand gehen. Oh shit. Erhintet. Ah, das geht. Und da kann ich mich ja nicht mehr über Blitzgang beschweren. Da wäre ich ja gegen jeden Hook Champion mit Hexel vielleicht gestorben. Na ja, alleine da unten ist jetzt definitiv auch schwer. Ah, okay. Er ist down. Und die Akadi ist halt wie so ein richtiger... Weiß ich nicht was. Das baut sich gerade auf. Noch ist sie okay, aber noch war sie auch nur Top-Lane. Dann kommt sie einmal im Fight und bam. Alles brennt. Bei mir brennt auch einiges gerade, ey. Tablets Crank. Ist echt nervig. Geh nicht. Ich seh nach wo die Prime Stop. Wenn die Akadi jetzt auf Bot move, dann kann ich da auch nicht weitermachen. So useless gerade, ey. Ah, paar geile Hooks, dann geht das schon wieder. Hatte einige Zeitlinien, das ist besser. Civil ist halt noch 10 Minuten useless. Geht auch für... Pass auf, der trappt hier schon wieder irgendwo. Hier oder so. Ich als Blitzcrank Profi kenne noch eure Verstecke. Wo sind die hin gemufft? Ich dachte, die kollapsen auch nicht. 100 Gold. Kann auch passen, dass wir hier nicht kollapsen werden. Kann ja dann 180 CS Level 13. Das schmeckt überhaupt nicht gut. Hat das... Hat der hier ein bisschen eklig. Die macht mich halt jetzt schon komplett, komplett, komplett kaputt. Guck mal, da ist er doch. Da ist er doch. Ja, manchmal schimmert es so durch, weißt du. Dark. Da ist die Akali. Da ist aber auch schon ein Vorbau geschnuppert, der Hook hier. Ich wollte einfach nur mal gucken. Was da so geht. Nicht viel. Hab ich rausgefunden. Mal hier. Ich glaube, der ist ein bisschen tot. Moment. Bisschen Cash hab ich gerade. Ich würd gern Base. Ich auch. Die Wave nehm ich noch an. Naja, die Steel wird auch langsam big. Um die mach ich mir weniger Sorgen. Der Ornn hat ja Ninja Tabis. Alles gut. So, jetzt hab ich auch E-Wolf. Ne, nächstes Level erst. Oh, Akali. Die ist halt so tanky, ne? Weil die so viel Level hat einfach. Mach 2k Leben. Ich glaub die, das... Ich glaub die macht 1k 3. Ich kann einfach... Die läuft einfach bis in die Base. Aber die hat geultet, oder? Das reicht muss doch. Mach die Nash. Oh, die sind wirklich am Nash. Scheiße. Der ist ja wohl leider weg. Der ist, wenn wir mal weggehen. Die weg weg. Kann ich den noch mitnehmen hier, den mit Tower? Nein. Wenn wir den auch noch kriegen, ist gar nicht so schlechter Trade. Ja, okay. Wenn jetzt mehr. Aber doppel die Modish. Ist lecker. Hat er. Ich kann ja nicht auf die Zeit lang gehen. Da muss der Ornn eigentlich hin. Wird so wenig CS der Junge. Obwohl er die ganze Zeit einfach nur Dopp war. Muss er seine Atems als erstes Upgraden? Ich glaube ja. Ich glaube, ob er 13 oder so kann er vom Team Upgraden. Hm? This world is changing. We decided what. Vorsicht, Vorsicht, Kutsche. Wuhh. Julia, der hat immer richtig gewechselt. Ab 12, okay. Das ist halt so eine übelst tickende Zeitbombe, die Akali, ne? Das ist halt... Ich weiß nicht. Wenn Akali late jetzt gar nicht mehr so schwimmen eigentlich. Ja, aber ich meine jetzt so. Die ist halt im Late bevor wir da sind. Die hat halt fast 3 Items. Normalerweise ist es so, als ADC, wenn du 2 Items mehr hast als Akali, kannst du sie töten. Alles andere ist Aua Bubu. Da oben die Party. Gutscher Flash. Der hat das mit seinen Flashes irgendwie, ja? Ja. Nice try, nice try. Ja, Kadi könntest du uns rauben. Ja. Wenn man sie den Schuld nicht bekommen, nice. Ja, ich meine, die haben immer noch Nash. So, wenn man das bedenkt, dann ist eigentlich fein, was überhaupt passiert. I don't wanna here. I like it here. I just might stay. Okay. Kann man auch noch nicht so ganz einschätzen, wie die Teamfights ausgehen werden. Ja, wir haben ne bessere Combo, ne viel bessere. Ja, aber die haben halt Dry CV. Der hat schon insane Scaling. Ja. Der hat nicht so geilen Tank wie wir. Stimmt. Dass der Talon hier gegen die Akali gegenhalten kann, ist so wichtig. Ich glaube, noch ein Nash dürfen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Nee. Der Waffe ist jetzt scheiße. Ich glaube, noch ein Nash dürfen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Ja, 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 ja. Also wir kriegen halt leider nicht so viel. Wir kriegen halt einzelne Catches. Aber während die Nash haben ist das echt fein. Hast du ein paar Tipps, wie man etwas besser machen kann? Was? Üben? Mal gucken, ob wir Topline nehmen können. Ich bin umgezogen, ja, bestimmt länger. Hier haben wir den Turret, nice. Wir kriegen dann auch richtig hin. Ja, ja, wir müssen rausgehen. Und? Dann fähr ich ult ab. Jetzt kommt zu. Aber das knatscht. Doch, Wajt auch und den Locker. Oh scheiße, ich hätte nicht reinlaufen dürfen, aber ich hätte keine Vision da drin gehabt. Keine Ahnung, wir hätten einfach rauslaufen können, wir hätten alle überlebt. So, ziemlicher Int. Hm. Nice Flash. Ja, ich muss halt von der Akali wegflaschen, wenn sie ihre Ult durchpompt, bin ich tot. Wenn sie so free auf mich ist, sie war ja einfach hinter mir so. Ich glaube, wenn ich da nicht wegflasche, dann Monshotet sie mich einfach. Aber vielleicht habe ich auch einfach zu harte Vietnam Flashbacks gegen Akali. Ich glaube, ob der IMC on abgehen kann. Ja, aber ich brauche trotzdem Banshees. Oh, what the fuck. Die Lieser auf K arbeiten wollen? Nee, nicht. Oh, dann ist es ab. Das ist nicht gut. Akali Spot, die müssen nochmal resetten. Ich glaube, das ist fein. Oh, chill. Die Augen gehen immer gleich so an, das Helm. Ich glaube, das ist ein Banshees. Ich glaube, das ist ein Banshees. Ich glaube, das ist ein Draco. Ja, die sind wahrscheinlich im Nash. Survival ist ein Instinkt, das wir alle haben. Das, wenn sie nicht. Oh, das ist nicht das. Oh, das ist nicht die Ranshee? Jawohl, guten Engage von Ornn und Talon flext einfach durch. Dann haben wir das. Ich kann jetzt gut poken mit meinem W. Die haben halt keinen guten Engage. Wenn wir uns nicht hooken lassen und nicht dumm engagen, dann ist es eigentlich schwer für die das Game zu closen. Können wir auf den Catch warten. Gut, so viel zu dem Thema. Oh mein Gott. Nice, 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 nice. Können wir nicht wachen ohne... Das war richtig gut. Ja. Ja. Okay, was gehen wir jetzt? Gehen wir Ravardons? Oh, da gehen wir Sonias. Ja, also das einzige, wo ich Sonias brauche, ist halt eigentlich, wenn mich der Blitz in Kugeln hat, bin ich eh tot. Ich glaube, das bringt mir nicht so viel. Ravardons kann er upgraden. Ah, Sonias auch. Naja, das ist wichtig, dass wir den Nash bekommen haben. Oh stimmt, ich hätte den Nash ausbauen können. Fuck, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich den noch nicht habe. May bad. Das ist nur was ich brauchte. Können wir Borderlands jetzt einnehmen? Let's go. Vielleicht können wir hier catchen. Können wir hier reinmoven. Akadi wird jetzt wieder aus der Base kommen und Tendon ist noch nicht da, müssen wir aufpassen. Akadi hinter uns? Können wir nach hinten karten? Ich brauche halt hier irgendjemanden, ne? Ja, der stirbt gerade. Warum ist hier dies bei dir? Bin ich bei euch, ne? Ja, passt. Wenn wir mal ein Follow-Up CC für den Rise hätte, Alter. Ich habe den jetzt zwei mal gehoben, dann passiert nichts. Hm. Ja, das ist auch fein. Ich glaube der Tendon hätte mit einem Maw auch einiges anfangen können hier. Akadi hat noch keinen Wallstuff. Wenn die Wallstuff hat, da tut nochmal anders weh dann. Toplane Wave. Kann Talon gleich nehmen. Ja, wir sollten hier eigentlich eh gerade nicht so raus pushen, denn wir sind unter Tal. Armdrager nochmal echt nett. Special ist raus. Ja, wir sind gerade leider nicht so gut. Wenn wir jetzt mal ein Mittel in die Push kriegen, dann können wir eigentlich drag free haben. Du bist ganz alleine. Okay. Man. Ja, die müssen wir abgeben. Ja. 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 Letzt. Akadi ist so ein Haufen Scheiße. Junge, der Champ ist so behindert. Akadi hat geflasht. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht hinterher flaschen sollen. So, oh my god, I guess. Wenn du gegen Akadi spielst, darfst du halt nicht für eine Sekunde vergessen, was für ein dummer Champion es ist. Rabattons. Oh, von der Schrabattons ist ja so nice gewesen. Oh, ich war gut. Bei der, ähm, ich hab das Gamer gebaidet. Okay. Ja, Nash sollten wir gehen, oder? Na, bisschen low, aber... Noch eine Pflanze. Wollen wir noch pushen in den 15 Sekunden, oder resetten? Ich bin mir nicht sicher. Oh, mein Gott. Hey, jetzt können wir auf jeden Fall, jetzt sollten wir pushen, glaube ich. Junge, machst du auf? Oh. Oh, die Mignons. Die müssen einfach nur pushen. Alter. Der Witz hat es aber auch mit mir. Hat die Akadi geholtert? Ich glaube nicht. Oh, stark. Der Witz. 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 Also die MKD macht jetzt ein Swag Yoro for 20 play. Die Ult war jetzt auch nicht so praktisch. Hohoho, das scheppert. Nice, das haben wir nochmal gut gecarried am Ende. Okay. Das ist die Massapunker.